Vereinbarkeits-Espresso, ein Podcast von Erfolgsfaktor Familie. Herzlich willkommen zu unserem Vereinbarkeits-Espresso von Erfolgsfaktor Familie. Mein Name ist Thomas Mayer. Ich habe die schöne Aufgabe, dieses Format zu moderieren und auch in die Zukunft zu tragen mit neuen Ideen. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind und wir uns heute einem spannenden Thema widmen können. Dazu habe ich mir meinen lieben Kollegen Damien eingeladen. Schön, dass du da bist. Hallo Thomas. Und wir wollen heute über die Gen Z bzw. Gen Z sprechen. Wir werden beide Begriffe mal wieder verwenden, so den Englischen und den Deutschen. Und wieso haben wir uns für dieses Thema entschieden? Wir merken zum einen, dass eine Debatte um diese Generation in Brand ist. Wie ticken die? Was machen die? Da werden wir gleich ein bisschen drauf eingehen. Aber wir sehen auch, dass die Unternehmen bei uns im Netzwerk sich diese Frage stellen. Und wenn wir uns ins Gespräch gehen, wie gehen wir mit dieser vermeintlichen Generation in? Bleiben wir mal dabei um. Wie können wir sie ansprechen? Wie können wir sie binden? Und wie gewinnen wir sie? Und unser Anspruch ist ja natürlich, das Ganze vor dem Hintergrund der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu beleuchten. Das ist nämlich auch unser Ziel heute. Wir wollen uns die Gen Z ein bisschen zugespitzt auch auf die Frage anschauen, inwiefern eine familienorientierte Unternehmenskultur irgendeinen Einfluss spielt in dieser Frage. Und was mir aufgefallen ist, Damian, wenn man sich die Feuilletons, die Kommentare aus den letzten Monaten zur Gen Z anschaut, gibt es eigentlich mehr oder weniger zwei Lager. Die einen sagen, die sind faul. Mit dem können wir nicht viel anfangen. Wir müssen echt als Arbeitgebenden hier uns auf schlechtes Wetter gefasst machen. Und es gibt die anderen, die sagen, das ist eine total kreative und auch arbeitswillige und offene Kohorte innerhalb des Arbeitsmarktes oder die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt. Und wir sollten uns eher darüber freuen. Und ich bin sehr gespannt, wo in unserer Diskussion wir da hingehen. Aber erst mal, wir sind hier ja beim Vereinbarkeitsespresso, lieber Damian. Wie trinkst du deinen Kaffee? Grundsätzlich hat sich zum letzten Mal, ich war hier schon einmal eingeladen worden von Thomas, nicht viel geändert. Ich trinke Kaffee grundsätzlich. Ist das komplett egal, wie ich ihn trinke? Hauptsache es ist kein Krümelkaffee und Hauptsache es ist nicht zu dünn. Also ich bin da auch so ein bisschen Banause, wenn es aussieht wie Kaffee und so ein bisschen schmeckt wie Kaffee, ist das schon gut. Meine Qualitätsansprüche enden oder fangen dann eben bei Krümelkaffee und bei zu dünnem Kaffee an. Damian, wir wollen über die Gen Z sprechen. Zum einen möchte ich dich gleich mal fragen, wie wir in dieses Thema einsteigen möchten. Aber ich glaube, es ist recht wichtig, zumindest mal den Rahmen festzustecken, wer ist die Gen Z? Das ist ja ein Generationenbegriff und ich glaube, das kann man relativ gut auch abgrenzen zu den anderen Generationen. Genau, dazu möchte ich später kommen und zwar möchte ich das im Vergleich dann machen, wenn wir über die Babyboomer auch noch sprechen wollen, weil dazu wollen wir die abgrenzen und auch uns vielleicht nochmal ein paar Worte zu den Millennials, zur Generation X, im weiteren Sinne dann vielleicht auch die Generation Y, die da irgendwo zwischenhängt, verlieren. Interessant fand ich aber den Punkt, dass wir nicht an der Generation Z vorbeikommen, weil 2030, wenn die vielen Babyboomer, die 1964 geboren sind, das ist quasi der Peak der Gebotenrate in die Altersrente gehen, dass eine neue Generation auffangen muss und dann statistisch gesehen zumindest doppelt so viel leisten muss, wie es heute die Mitarbeitenden tun. Also sollten wir nicht zu sehr Generation Z-Bashing betreiben, weil es ist etwas, was wir im Auge haben müssen. Grundsätzlich würde ich sagen, sollten wir davon ausgehen, quasi von der Grundidee ausgehen, die wir hier vielleicht diskutieren können, inwieweit denn oder dass eine familienfreundliche Unternehmenskultur auch auf Punkte einzahlt, die auch der Generation Z wichtig ist. Lass uns mal allgemein in das Thema einsteigen. Wir wissen zum Beispiel, dass die meisten Menschen durch Autonomie, durch soziale Eingebundenheit und das Erleben eigener Kompetenzen motiviert werden. Das ist nichts Neues, das war auch schon vor 50 Jahren so. Und was darüber hinaus jeden Einzelnen motiviert oder bremst, erfährt man eben als Vorgesetzter zum Beispiel, wenn man nachfragt und zuhört. Das sind Führungskräfte, befähigen Aspekte, die auch sehr stark in der Vereinbarkeitsdebatte bei uns im Ergebnis eine Rolle spielen. Was spielt noch eine Rolle für die Vereinbarkeitsdebatte? Das sind tendenziell eher flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte. Und das zahlt sowohl auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ein. Und es sind auch Punkte, die der Generation Z per se wichtig sind. Beides also, vereinbarkeitsorientierte Arbeitnehmende als auch junge Beschäftigte wünschen sich eine transparente Feedbackkultur. Die einen, um sich der Zustimmung des Arbeitgebers rückzuversichern, wenn Familie mal vorgehen muss. Und das ist wichtig, das auch tatsächlich zu tun. Das sind die Unternehmensleitlinien mit zu verankern. Und die anderen, weil sie es gewohnt sind, schnelle Feedbacks einzufordern und eben auch zu bekommen. Aber dazu dann eben später mehr, weil das ist etwas, was die Generation Z tatsächlich insbesondere auszeichnet. Wir sollten uns also quasi erstmal dem Vergleich Baby-Boomer versus in Anführungsstrichen mal widmen. Also das heißt, du hast dir einen wichtigen Punkt, den wir auch in dem Vorgespräch ja auch schon für uns festgehalten haben, schon mal gemacht. Und ich möchte den auch gerne nochmal wiederholen. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die Quintessenz auch der Recherche und der Auseinandersetzung damit, dass eine familienorientierte Unternehmenskultur, die wir ja bei uns im Netzwerkbüro hier immer sehr stark nach außen tragen, auch eine supergute Voraussetzung ist, um die Gen-Seele anzusprechen und eben auch nicht nur anzusprechen, zu gewinnen für das Unternehmen, sondern eben auch Perspektiven dem Unternehmen selber zu halten. Und das werden wir auch im Laufe des Gesprächs auch noch ein bisschen ausarbeiten. Du hast die Baby-Boomer angesprochen. Und das fällt natürlich, wenn man sich diese Debatten anschaut, auch immer wieder auf. Der Referenzpunkt sind meistens die Baby-Boomer. Und das hängt natürlich auch damit zusammen mit dieser Arbeitsmarktdynamik, die du angesprochen hast, dass die Baby-Boomer bald in Rente sein werden oder jetzt schon angefangen haben, in Rente zu gehen. Und das hat natürlich auch tiefgreifende Konsequenzen für unser Rentensystem. Das wissen die alle. Das ist natürlich eine wichtige Debatte hier. Aber was hast du denn so in der Recherche rausgefunden zu den Baby-Boomern in diesem Zusammenhang? Also erstaunlicherweise, dass die Generation X und die Millennials da so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Aber dazu komme ich dann auch gleich. Zum einen, da erzähle ich Ihnen nichts Neues und dir nichts Neues. Baby-Boomer sind eben auch diejenige Nachkriegsgruppe, die mit dem Versprechen groß wurde. Mit Fleiß und Leistung. Zu Haus, Garten, Auto und Boot. So das klassische Bild. Ich erinnere mich an so einen Werbefilm aus den 90ern, wo eben das quasi im Vergleich auf den Tisch gelegt worden war. Und dass man eben auch dazu kommt. Was ich witzig finde, ist, es gibt vom Statistischen Bundesamt so eine Arbeitskraftproduktivitätsstudie, so eine Längsschnitterhebung Anfang der 90er startet das Ganze. Die Arbeitskraftproduktivität lag Anfang der 90er. Das ist so ungefähr die Zeit, in der die Baby-Boomer, die 64 geboren sind, dann entsprechend Mitte 20 sind, bei 80 Prozent. Im Vergleich zu heute liegen wir bei 102 Prozent. Das heißt, wir haben eine faktische Arbeitskraftproduktivitätssteigerung. Das ist das eine. Zurück zu den Baby-Boomern. Insgesamt die Arbeitszeitverpflichtungen und die Stringenz in der Arbeit waren für die Baby-Boomer sehr, sehr strukturierend. Das waren sehr, sehr starke Merkmale. Und da gehe ich so ein bisschen auf die alten Bundesländer ein. Sowohl für die teilzeitbeschäftigten Frauen, als auch für die vollzeitbeschäftigten Männer. Arbeit hatte also per se einen sehr vergesellschaftenden Moment. Denn Arbeit bot Sicherheit, Sicherheit für die Familie, Einkommenssicherheit, Sicherheit, sich einer Schicht zugehörig zu fühlen. Also die Schichtzugehörigkeit war auch etwas, was sehr stark über die Arbeit transportiert worden war. Und eben auch Entwicklungspotenziale. Und das ist auch interessant, denn auch Blue-Color-Jobs versprachen jener Zeit den Produktionsarbeitenden ein abbezahlbares Haus und eine gegenzufinanzierende E-Klasse, dass das möglich war. Mit Blue-Color-Jobs meinst du die Jobs, die eben in der Produktion, an der Werksbank stattgefunden haben? Und das gilt in der heutigen volatilen Welt eben nicht mehr per se. Und das muss man sich erst mal vor Augen fühlen. Dann gehen wir mal zur Generation Z. Was hat das für Konsequenzen für die Generation Z? Das Bedürfnis nach Sicherheit, Entwicklungsperspektiven, die Möglichkeiten, aber auch auf der anderen Seite, sich fast zu jeder Zeit beruflich umorientieren und positionieren zu können. Aber das ist eben auch die Schattenseite, nicht nur zu können und zu wollen, sondern mitunter auch zu müssen. Und das transportiert eben ganz andere Werte, Sichtweise und Entscheidungen, als es eben die Beständigkeiten für die Baby-Boomer-Taten. Das darf man eben an der Stelle auch nicht vergessen. Und jetzt kommen wir einmal ganz kurz in dem Nebensatz zu der Generation X, zu den Millennials. Im weiteren Sinne vielleicht auch zur Generation Y. Die scheinen hier so ein bisschen zwischen die Fronten geraten zu sein. Zettler, so habe ich sie quasi in meiner Recherche dann irgendwann mal genannt. Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Begrifflichkeit Zettler gibt. Die sehen, dass es sich nicht mehr per se lohnt, einen Großteil seiner Lebenszeit mit fremdbestimmter Lohnarbeit zu verbringen. Und aber die Generation X, als auch die Millennials, hängen an der Berufs- und Arbeitsethik ihrer Eltern, ohne aber grundlegend von deren Vorteilen zu profitieren. Da gibt es ein Riesengefälle an dem, was Baby-Boomer auf dem Aktienmarkt an Aktien halten, zu dem, was die Millennials haben. Das sind, ich glaube, 59 zu 2 Prozent. Also es sind gigantisch große Unterschiede. Das heißt, der Arbeitsethos, die Arbeitsethik ist noch so ein bisschen verinnerlicht von den Eltern. Was hintenrum bei rauskommt, ist aber bei weitem nicht das, was als Versprechen den Baby-Boomer mitgegeben worden ist. Und das sieht die Generation Z auch. Und du hast jetzt die Millennials angesprochen, noch die Generation, die so ein bisschen dazwischen klebt. Und das ist ja im Prinzip die Generation, die ja die Gen-Zeller, die Gen-Zettler ja als Familie umhegt und groß bringt. Das ist ganz interessant, dieser Punkt. Und ich merke auch, wenn ich mit Unternehmen im Gespräch bin, die Personalverantwortlichen, die am meisten Verständnis haben für die Gen-Zeller, haben Kinder in diesem Alter. Das finde ich sehr interessant. Und die feiern auch häufig diese Generationen und finden es super, dass sie so selbstbewusst auftreten. Und dieses Generationenverständnis in diesem Zusammenhang ist total wichtig. Und ich möchte da noch eine kurze Anmerkung machen. Ich bin auch überzeugt davon, dass die Gen-Z mit einem anderen Anspruch an die Arbeitswelt rangeht. Wenn wir allerdings ein bisschen tiefer in die Erwartungshaltungsstudien von Beschäftigten reinschauen und das eben auch auf diese Generationskohorten verteilen, sieht man durchaus, dass auch in einem in Anführungsstrichen höheren Alter neue Ansprüche formuliert werden können. Also gerade die Frage, wer möchte mobil arbeiten? Das sind nicht nur die Gen-Zeller, das sind heutzutage insbesondere auch unsere Generation, weil wir das brauchen aus Vereinbarkeitsgründen. Und vor diesem Hintergrund stellt sich mir häufiger die Frage, ist es denn so, dass die Gen-Z die Arbeitswelt verändert? Ja, nicht ganz, weil die Arbeitswelt ist ja heute zunehmend eben auch in der Hand junger Menschen, weil die in den Ruhestand gehenden Menschen das Zepter ja auch in diese Generation weitergeben. Das war ja schon immer so. Das ist ja nichts Neues, das ist kein neues Phänomen. Und diese junge Generation hat eben ein anderes Verständnis von der Welt. Wir müssen uns mal der Tragweite erstmal bewusst werden, wenn wir in Debatten von heute die Arbeitswelt von gestern zum Status quo weiterhin erklären. Das ließ sich zu keiner Zeit noch über einen längeren Zeitraum und konsequent halten. Wir waren, wir sind und wir werden also auch immer das Produkt unserer Zeit sein. Und insofern war das, was du eben gesagt hattest, dass ältere Menschen ja auch diese Bedarfe für sich erkennen, ja nochmal von einem anderen oder nochmal klarer, dass die Art der Arbeit, wie wir sie entwickeln, prägen und gestalten, eben auch das Resultat in einem Zeitgeist ist. Da hängt die Generation Z jetzt massiv mit drin und die wird das in Zukunft auch verteidigen gegenüber neuen Generationen. Es kommt die Generation Alpha, Beta, Gamma und wie sie alle dann heißen, werden auf uns zu, die auch nochmal einen ganz anderen Spirit mit reinbringen werden. Und was ich wichtig finde in dem Kontext ist, dass auch in den 80er Jahren ja man schon über die Sprösslinge der 68er gerne meckerte. Also insofern nichts Neues. Aktuelle Zahlen belegen zum Beispiel, das fand ich sehr interessant. Es gibt die Generationsstudie der R&V-Versicherung, die von Prognos erhoben worden war, dass auch die Generation Z die Babyboomer bei weitem nicht so pflichtbewusst und fleißig und ehrgeizig findet, wie es die Babyboomer selbst für sich beansprucht. Das ist ein spannender Punkt, eine Selbstwahrnehmung und Außenwahrnehmung in dem Zusammenhang. Gut, wir haben jetzt uns die Gen Z aus verschiedenen Perspektiven angeschaut und auch geguckt, wie sie dasteht im Verhältnis zu anderen Kohorten auf dem Arbeitsmarkt. Lass uns mal ein bisschen stärker in die Arbeitswelt selber gucken. Was ist es denn, was die Gen Z braucht? Was müsste ein Unternehmen auf dem Schirm haben, wenn sie die Gen Z explizit ansprechen möchte? Womit können sie sie packen? Lass uns mal gucken, wo die Generation Z denn so herkommt. Es ist nämlich keine so homogene Masse, wie wir das immer gern darstellen. Auch die Generation Z ist sehr heterogen und vielfältig und lässt sich eben nicht in eine Schublade stecken, wie sie in der medialen Darstellung, wie wir eben feststellen konnten, auch sehr oft getan wird. Es gibt auch hier einen klassischen Mix an wirtschaftsliberalen High-Performern auf der einen Seite und vielleicht an kategorischen Music-Gängern auf der anderen Seite und eben auch allem dazwischen. Es gibt aber auch gemeinsame Merkmale, die die Generation Z eben von den vorherigen Generationen unterscheidet und eben auch von der Generation Y im weiteren Sinne. Zum Beispiel ist das die erste Generation, die von Beginn an mit Internet, Smartphones und sozialen Medien aufgewachsen sind, sehr digital affin ist, vernetzt und informiert. Und die haben eben gelernt, in dieser virtuellen Welt entsprechend zu performen, die physische und die virtuelle Welt eben in ganz besonderen Kontextualisierungen aufeinander einzustellen. Und da blicken wir nicht immer durch. Wir beide sind Baujahr 82, das heißt, wir sind genau an der Schnittmenge von Millennial zu Generation X. Insofern haben wir auch nicht immer vollumfängliches Verständnis gemäß unseres Alters. An der Stelle wichtig ist halt, dass sie nicht mehr so stark an traditionellen Autoritäten, an Institutionen oder Normen sich orientieren, sondern sehr stark und sehr zeitnah nach Sinn, Authentizität, Selbstverwirklichung suchen und das auch in ihren vielen Kommunikations- und Interessenskanälen quasi verzögerungsfrei einfordern. Und ich finde, das ist der wesentlichste Moment insgesamt, dass, wenn es gilt, die Arbeitsmodi der Generation Z auch zu verstehen, sie sind es nämlich gewohnt, in die Welt hinauszurufen und auch sofort ein Feedback zu bekommen und das auch proaktiv einzufordern. Und das hat eben eine stark regulierende Wirkung auf das, wie sie sind. Das schafft zum Teil für uns Außenstehende sehr uniforme, zum Teil sehr bubbelspezifische Verhaltensweisen. Also irgendwie sehen sie dann irgendwie dann doch alle gleich. Aber es trainiert eben auch diese Generation dahingehend an der Entwicklung und in der Umsetzung von Arbeitsprozessen und ihren Inhalten stets mit involviert werden zu wollen, mitzureden, kurze Feedback-Schleifen einzufordern, sich in Teams seiner Rolle stets rückzuversichern, Dinge im Team gemeinsam auszudiskutieren, zu bewerten, darüber zu streiten und sich zur Sinnhaftigkeit all dessen auszutauschen. Das sind sehr wichtige Momente und wenn ich die im Blick habe, finde ich viele Parallelen zur vereinbarkeitsorientierten Personalpolitik und habe auch Hebel, an denen ich die abholen kann, sie auch generationenübergreifend in Arbeitsprozesse mit einbinden kann, und am Ende auch den Output bekomme oder vielleicht noch, Stichwort Arbeitskraftproduktivität, auch da ein Stück weit mehr rausholen kann. Ich finde diesen Aspekt wirklich zentral und das merke ich auch im Gespräch mit Unternehmen, wenn ich die Gelegenheit habe, über die jungen Leute zu sprechen. Ich glaube, da ist einfach nichts zu unterschätzen, diese Erwartungshaltung, sofort Feedback zu bekommen und nicht irgendwie über Mimik, über versteckte Kommunikation, hier was interpretieren zu müssen, das nicht auf die lange Bank legen, sondern sofort hier im Moment eine Rückkopplungsschleife zu generieren. Und ich denke, das ist eine große Herausforderung, insbesondere auch für Führungskräfte. Und um das eben zu verstehen und auch umzusetzen im nächsten Moment. Um mal ein Beispiel zu nennen. Es gab damals, als das Telefon quasi in allen Büros der Welt einkehrte, gab es zum ersten Mal einen Hebel, die klassischen Hierarchiestrukturen zu umgehen. Ich konnte direkt beim Vorgesetzten anrufen, an allen Vorzimmerdamen dieser Welt vorbei telefonieren. Wurde recht schnell reglementiert. Viele Vertriebsmitarbeitenden können ein Lied von singen, dass das recht schnell reglementiert worden war. Aber wenn man sich vor Augen führt, dass dieser kleine Aspekt eine so große Tragweite mit sich brachte und man jetzt aber darüber nachdenkt, was es nicht alles auf der Welt gibt. Slack, Teams, Instagram, TikTok, LinkedIn und so weiter. Ich könnte, wenn ich gut drin wäre, das Ganze recht lang fortführen. Und all diese Kommunikationskanäle haben einen eigenen Purpose, haben einen eigenen Sinn und produzieren eigene Wahrheiten. Und die sind da alle irgendwie zeitgleich mit drin unterwegs. Das heißt, die Generation Z ist viel vielschächtiger auch in ihren Kommunikationsbestrebungen. Und deswegen sind sie auch so ein Stück weit innovativer. Denn sie denken eher an Prozessen, in iterativen Schleifen. Arbeitspakete werden viel früher getestet, als dass man so stringent irgendwas durchzieht, um zu gucken, ob eventuell am Ende das rauskommt, was sich die Produktentwicklung oder eben der Produktmanager oder sonst wer im Vorfeld überlegt hat. Das ist eher so ein Innovationslaborcharakter, den die Generation Z direkt mit auszeichnet. Sie probieren also viel schneller und lieber Neues aus, als stringent abzuarbeiten. Das hat mit agilen Arbeitsprozessen zu tun. Und das ist etwas, was man als Plus auf der Plusseite, auf der Haben-Seite durchaus triggern kann und sie auch festhalten und entwickeln kann, eben entlang vereinbarkeitsorientierter Personalmaßnahmen. Was noch, Damian? Was sind noch so Aspekte, die die Gen Z definieren, beziehungsweise was sie auszeichnet? Lass uns da gerne weiterhin explizit mit dem Blick auf den Personalverantwortlichen und vielleicht auch HR-Abteilungen darauf gucken. Was sind so die Aspekte, die wichtig sind und die man definitiv auf dem Schirm haben muss? Ruhe Wechselbereitschaft. Wenn die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, Beruf und Familie eben nicht dem Maß, in dem Maße gegeben ist im Unternehmen, wie sich das dieser junge Beschäftigte wünscht. Auch da ist die Generation Z recht schnell dabei, aber auch vereinbarkeitsorientierte Väter, das hat zum Beispiel die Väterstudie sehr klar ergeben, sind heute schneller mit dem Fuß in der Tür, als sie es eben vor einigen Jahren noch waren. Transparente Kommunikation, hohes Commitment zu den Werten des Unternehmens, Stichwort Unternehmensleitbild. Was es also bedeutet, dass das Unternehmensleitbild ein offenes, ein inklusives, ein wertschätzendes sein sollte? Das ist auch der Generation Z extrem wichtig und das ist auch ein Stellhebel, ein Tool für die vereinbarkeitsorientierte Personalarbeit, um eben Mitarbeitenden die Sicherheit zu geben über flexible Arbeitszeit, Arbeitsortgestaltung, aber auch über eine gesunde Balance, eine gesunde Kommunikation mit den Führungskräften und Ähnlichem, eben hier ein gemeinsames Commitment herzustellen. Und ich hoffe eben, dass man auch schon darüber die ganz großen, gravierenden Parallelen erkennen kann. Führungskräftekultur, noch so ein Thema. Es geht darum, die Interessen, die Befähigung und Entwicklungspotenziale seiner Mitarbeitenden auch zu erkennen und zu fördern, nach Möglichkeit auch zu suchen und eben auch private als auch betriebliche Interessen auszubalancieren. Es ist nicht so, dass die Generation Z sagt, ich, ich, ich und du nicht, sondern ich habe Bedarf XYZ, ich möchte mich entwickeln, verwirklichen und wie kommen wir an der Stelle zusammen? Und dasselbe hast du auch bei vereinbarkeitsorientierten Personalmaßnahmen. Ich habe bestimmte Bedarfe entlang der Betreuungsverpflichtungen, die ich als Vater vielleicht zunehmend annehmen möchte oder aber auch als Mutter, weil ich eher in die Vollzeit zurückkehren möchte. Inwieweit kommen wir da zusammen? Also es geht darum, Interessen auszubalancieren, auch mit der Generation Z. Es geht um die Einbindung in die Entwicklung gemeinsamer Regeln, des Mitarbeitens, zum Beispiel in Form von Betriebs- oder Bedienstvereinbarungen. Auch das sind ganz klassische Hebel, die sowohl hier als auch hier Früchte tragen. Tools für mehr Vereinbarkeit per se, flexible Arbeitszeit, Arbeitsortmodelle, zukunftsfähige Team- oder Tandemmodelle, lebensphasenorientierte Personalarbeit. Das sind alles Themen, die auch der Generation Z wichtig sind. Denn auch die ist sich dessen bewusst, dass früher oder später Angehörige zu pflegen sind oder aber auch eigene Kinder mit ins Spiel kommen. Und die Bedarfe sich am Ende unterm Strich auch nicht wesentlich von denen unterscheiden, die jetzt gerade aktuell artikulieren. Der Unterschied ist eben, dass sie es gerade tun, was die altführere Generation eben nicht getan hat. Ja, ich finde das Stichwort lebensphasenorientierte Personalarbeit hier eigentlich den Schlüssel auch in der Frage, wie wir damit umgehen können. Viele Arbeitgebende haben die jungen Leute, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen, insbesondere wenn sie in die Ausbildungsstaaten, also noch wirklich Jungs sind, nicht in erster Linie als potenzielle Familiengründerinnen oder Gründer im Blick. Und genau hier gut aufgestellt zu sein, ist quasi so ein Universal-Tool, das generationenübergreifend funktioniert, aber mit dem man eben auch gut darauf vorbereitet ist, wenn explizite Vereinbarkeitswünsche artikuliert werden. Denn ich beginne meinen neuen Job, ich bin kurz aus der Uni, jetzt lass uns mal eine andere Perspektive annehmen. Und ich habe eigentlich keine Lust, 40 Stunden zu arbeiten, weil ich habe Hobbys, die mir total wichtig sind. Und ich handele mit meinem Arbeitgeber, das sind 36 Stunden vollzeitnah. Zwei Jahre später steht die Familiengründung an und diese 36 Stunden stehen zur Disposition. Aber ich als Arbeitgeber bin hier darauf vorbereitet, weil ich mich mit Lebensphasen auseinandersetze und kann hier dementsprechend Angebote machen, aber die Arbeit, die wegfällt, eben auch im Team anders organisieren. Und ich glaube, das ist wirklich der Schlüssel hier in dieser Frage. Das auf jeden Fall. Und das andere, du hattest es auch erwähnt, generationenübergreifende Zusammenarbeit. Ich war selbst so ein bisschen erschrocken, als zwei große Veranstaltungen, die ich im letzten Monat besuchen durfte, dass tatsächlich ein Thema war, dass ältere Generationen mit 48 plus, für mich überhaupt kein Alter, da bin ich demnächst, dass das quasi nicht mehr dasselbe ist, wie ein Team mit jungen Beschäftigten zu haben. Und eben diese generationenübergreifende Zusammenarbeit natürlich auch das Schweißpunkte sind, die dann eben quasi dieselben Bedarfe, dieselben passgenauen Angebote und auch dasselbe Commitment herstellen kann. Das ist wichtig. Was zeichnet einen typischen Zettler noch aus? Sie haben gemessen an Ihrem Alter schon sehr viele Jobs und Praktika hinter sich. Auch das darf man nicht vergessen. Ja, Sie sind nicht vertieft in quasi eine ganz bestimmte Arbeit oder in einen bestimmten Arbeitsethos mit reingewachsen, weil das Jahre braucht, aber Sie kennen die Arbeitswelt recht gut. Und dessen sollte man sich eben als Arbeitgebender auch bewusst werden. Sie sind weiterhin auf der Suche nach Herausforderungen, Lernmöglichkeiten, legen viel Wert auf Flexibilität, Freiheit und Feedback und wollen etwas bewirken. Oder kann man sie abholen? Das sollte man dann auch an der Stelle tun. Und Sie nehmen sich entsprechend auch Zeit für Familie, für Freunde, Hobbys und die Gesundheit. Und das ist auch Arbeit, die die Generationszeit hier zu leisten hat. Also Sie haben sich für ein Lebensmodell entschieden, weil Sie in einer volatilen Welt leben, weil nicht mehr klar ist, ob das, was ich heute tue, mir die Sicherheit von morgen verschafft. Ergo hole ich mir so ein Stück weit laissez-faire, um das jetzt mal banal auszudrücken, in die heutige Zeit mit rein. Aber das ist quasi nichts, was man an den Pranger stellen kann, sondern das sind Features, die man herauskitzeln kann als Personaler und Personalerinnen. Das finde ich schön. Das sind eben Features, die man hier mobilisieren kann. Und keine Bugs, an denen man sich abarbeiten muss. Das ist eigentlich ein schönes Bild. Schön. Damian, was wäre denn so dein Fazit? Und was ist so der zentrale Punkt, wenn es darum geht, die Gen Z zu adressieren, wenn man als Unternehmen diese Gruppe gewinnen möchte als Arbeitskräfte? Und ich glaube, wir sind uns beide sicher, dass kein Weg dann vorbeiführt, wenn man zukunftsfähig bleiben möchte, als Unternehmen diese Generation zu adressieren. Genau. Also die Generation Z hat hohe Ansprüche. Das muss man nicht schönreden. Und zwar aber auch eben hohe Ansprüche an die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und da haben wir schon mal gemeinsame Schnittmengen. Es ist auch verständlich, wenn man eben bedenkt, dass sie viele Unsicherheiten und Herausforderungen in ihrer Lebenswelt erleben, im Unterschied eben zu anderen Generationen. Sie sind geprägt von der Globalisierung, der Digitalisierung, dem Klimawandel, der Migration, der Pandemie. Und sie wissen eben auch, dass sie sich ständig anpassen und weiterentwickeln müssen, um in dieser komplexen und dynamischen Welt bestehen zu können. Das sind große Unterschiede, dessen man sich auch bewusst werden muss. Sie wissen eben auch, dass sie nicht mehr auf die klassischen Sicherheitsnetze, wie zum Beispiel den Gewerkschaften, dem Wohlfahrtsstaat und Ähnlichem, per se bauen können, sondern eher auf sich selbst und ihre sozialen Beziehungen angewiesen sind. Deswegen hat das so einen starken Moment. Und die sozialen Beziehungen sehen halt noch mal ein bisschen anders aus für uns Außenstehende, als wir das quasi für uns in ein klassisches Wörterbuch rein definieren würden. Und deswegen ist es eben wichtig, eine Balance zu finden als Arbeitgeber zwischen Arbeit und Leben, zwischen Leistung und Genuss, zwischen Stabilität und Wandel. Und sie wissen eben auch, dass sie einiges zu stemmen haben. Wie adressiert man also die Generation Z bestenfalls? Das ist vielleicht die Frage, die man sich final stellen sollte. Es braucht Zukunftsperspektiven und Unternehmen, die es gilt aufzuzeigen. Es sind Leitbilder, um die es hier geht. Und dann gilt es innerhalb dieser Perspektiven, individuelle Wege gemeinsam mit den Mitarbeitenden zu gestalten und sich dessen zu vergewissern, dass er oder sie auch bereit ist, diese Wege zu gehen. Dialog, Kommunikation, Interaktion. Das braucht eben auch Kompetenzen auf Seite der Führungskräfte. Da ist ein neuer Schlag an Führungskräften gefragt, wie sie auch hier innerhalb des Netzwerks schon an vielen Stellen diskutiert worden sind. Und es braucht mehr Flexibilität in der Ausgestaltung, in der Gestaltbarkeit der Arbeit. Nicht zwingend in dem, was es zu gestalten gilt. Also am Ende darf immer noch das Unternehmen doch bitte entscheiden, auch wenn es der Generation Zler vielleicht ein wenig anders gerne hätte. Da muss man sich darauf einstellen. Da muss man auch so bereit für sein, das quasi offen mit in den Ringen zu werfen. Der Führungsstil der Vorgesetzten hat einen großen Einfluss auf die Motivation der Beschäftigten. Da habe ich ein Zitat vom Februar diesen Jahres gefunden. Ich lese mal vor, worauf ich keine Lust habe, ist so ein weirdes Level an Respekt, das einem das Gefühl gibt, sich unterordnen zu müssen. Junge Menschen wollen keine Chefs mehr, sie wollen aber Coaches. Und zwar, die sie entlang ihrer Interessen und Befähigung auch mit an die Hand nehmen. Und ich denke, das ist der wesentliche Moment, den man sich auch in der vereinbarkeitsorientierten Personalarbeit durchaus hinter die Ohren schreiben kann, weil das auch Aspekte sind, aus denen man heraus zum Beispiel in Teilzeit arbeitende Mütter wieder proaktiv mit mehr Dynamik und mehr Wochenarbeitszeit, Stunden wieder in die Arbeit zurückbekommt. Vielen Dank, Damian. Das ist viel Material, das ich jetzt hier mitnehme. Ich fasse mal kurz zusammen, was mich am meisten beeindruckt hat, beziehungsweise was ich jetzt wirklich als Denkmaterial mitnehme. Also zum einen Kommunikation und sich als Unternehmen fragen, wie kommuniziere ich zum einen in den Arbeitsmarkt, um diese Leute zu gewinnen. Social Media ist ein ganz wichtiger Punkt, sprechen wir auch immer wieder mit Unternehmen drüber. Aber wie gestalte ich auch die interne Kommunikation, um diese Leute hier onzuboarden und eben im Unternehmen zu lassen. Dann der zweite Punkt, den ich mitnehme, ist die Führungskräfte. Da hast du ja am Ende ein paar sehr wichtige Sachen ausgesprochen. So weniger diese Rolle als ich bin der Chef, ich mache hier die Ansagen oder die Chefin, sondern ich bin dein Coach, was brauchst du? Ich höre dir zu und wir arbeiten gemeinsam auch an deinen Entwicklungen. Ich glaube, die Veränderlichung dieser Rolle ist hier, glaube ich, ein ganz guter Startpunkt. Lebensphasen, glaube ich, ist auch so ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, wenn sich Unternehmen auf dem Weg zu einer familienorientierten Personalarbeit gemacht haben, haben sie bereits in der Struktur, in der Art und Weise, wie sie arbeiten, in der Kultur, einiges etabliert, was es ihnen auch hilft, die Gen Z anzusprechen, im Unternehmen zu entwickeln. Und ich finde, das ist ein ganz schöner Ausblick. Das finde ich auch. Super. Danke, Damian. Vielen Dank, Thomas. Schön, dass Sie da waren. Und nicht vergessen, am 20. September findet unser Unternehmenstag von der Volksfraktion Familie hier im Haus der Deutschen Wirtschaft, nicht hier in unserem Vereinbarkeitsstudio, sondern tatsächlich im großen Saal unten im Erdgeschoss statt. Es wird eine Präsenzveranstaltung und Sie werden in Kürze informiert, wenn Sie schon Teil des Netzwerkes sind. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017